Diese langsame Art des Gehens, der ja notgedrungen war durch den Rhythmus, den die Tiere vorgegeben haben, ist es eigentlich total leicht gefallen, die Geschwindigkeit ausserzunehmen und wirklich für sich zu erkennen, was bleibt dann hängen in diesem Sieb von den wirklich wesentlichen Dingen. Drei Freunde, drei Lamas, 1000 Kilometer vom Ritten bis nach Rom, auf der Via Romea Germanica. 50 Tagesetappen von den Alpen über die Adria und den Apennin bis zum Papst. Untertitelung des ZDF, 2020